Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Mit einem positiven Gefühl gehen die Königsblauen nun in die Winterpause. Vier Punkte sammelte die Mannschaft von Chef-Drennitros Gramozis in den abschließenden Partien gegen den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV. Insbesondere die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen unseren Torhüter Martin Freisel für den weiteren Saisonverlauf optimistisch. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Das Torschussverhältnis spricht ebenfalls deutlich für uns, sagt der Österreicher zu den 90 Minuten beim Hamburger SV. Ärgert sich aber darüber, dass die starke Performance in der Hansestadt mit lediglich einem Zähler belohnt wurde. Die wichtigste Statistik passt nicht. Wäre der Ausgleichstreffer etwas früher als in der 87. Minute gefallen, gelingt uns vielleicht auch noch das zweite Tor, sagt Freisel. Der betont, dass die Mannschaft von den 90 Minuten alles aus sich herausgeholt habe. Nach dem Match sind zahlreiche Spiele auf den Boden gefallen. Daran sieht man, wie sehr die Jungs gearbeitet und geackert haben, um das Spiel zu gewinnen, sagt der 28-Jährige, der seine Mannschaft auf dem absolut richtigen Weg sieht. Erstmals wieder in der Seitlinie stand ja auch unser Chef-Drennitros Gramozis, der im FC St. Pauli und auch gegen den 1. FC Nürnberg aufgrund einer Covid-19-Infektion passen musste. Wir als Mannschaft haben gemerkt, dass er als am Donnerstag wieder da war, die pure Freude ausgestrahlt hat, sagt Freisel und berichtet, dass der Coach auch emotional wurde, als seine Spieler wiedergesehen hat. Er hat uns ganz offen mitgeteilt, dass er uns sehr vermisst hat. 30 Zähler sammelte er Schalke aus den bisherigen 18. Saisonspielen. Damit sind sie punktgleich mit der Mannschaft von Hamburger SV, der den Relegationsplatz innehat, auf dem 4. Rang. Spitzenreiter St. Pauli und Darmstadt sind ebenfalls in Reichweite mit jeweils 36 und 35 Punkten. Mindestens die halbe Liga kämpft noch um die begehrten vorderen Plätze. Der SC Paderborn, aktuell 9. hat lediglich 3 Zählerrückschauf im 3. Platz. Die Situation im Aufstiegskampf ist in diesem Jahr der Wahnsinn. Man kann sich darauf einstellen, dass es bis zum letzten Tag sehr eng bleiben wird. Stimmt Freisel alle Fußballfans auf einen spannenden 2. Saisonteil ein. Wir wollen mit dabei sein und mit solchen Leistungen wie gegen den HSV werden wir dabei sein. Ist sich der Torwart sicher? So also Martin Freisel ging über schalke04.de und ich gehe da auch vollkommen mit, was er so sagt. Und bin auch wirklich zufrieden, so wenn wir jetzt in die Winterpause gehen. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.